Das geht dann immer so weiter und es wird immer extremer. Oh Gott, das ist schlimm. Äh, stopp mal, stopp mal, stopp mal, so weit sind wir überhaupt noch gar nicht. Erinnert ihr euch noch an diesen Satz aus dem letzten Video? Dieses Video ist das bestgeplanteste Video ever. Warum das so ist, das möchten wir euch diesmal in voller Gänze zeigen, denn wir hatten ein paar Prep-Days und Location-Scoutings, wo wir ganz viel gefilmt haben und das bekommt ihr jetzt zu sehen. Solltet ihr also unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann solltet ihr das jetzt schleunigst tun. Und Dankeschön fürs Unterstützen auf Get Next. Dort könnt ihr uns mit einem Kleinstbetrag unterstützen, damit wir weiterhin solche Videos machen können. Dankeschön. Schlaff, 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 hey, schlaff. Flickstrain. Was, Flickstrain? Flickstrain, hier, da kommen die Details. Erzähl mal über dein Flickstrain. Was ist das? Das ist unser Praktikant. André. Das ist André, André, sag Hallo. Du, jemanden, der echte Arbeit verrichtet. Hallo, echter Lars. Ist er ein echter Junge? Nein, er ist fake. Mann, hör auf, ich bin zufrieden. Ja, ey, sorry, okay, ist ja schon gut. Das ist halt Making-of und du machst da was. Also Making-of. Ich wollte es gerade neu ordentlich, ich bin gerade nicht happy gewinnen. Ja, ja, okay. Ist geil. Ja, gut. Ich weiß, dass diese Federung ist, ne? Ja, gib dir das mal. Jakob, das sieht ganz schön falsch aus, was du da machst. Das ist so, wer an der Tür offen ist, vor allen Dingen. So, nur die Tür zugenommen. Hey. Ist das Ding nicht hoch? Das sind die interessanten Sachen hier im Making-of. Aha. Starke Leistung. Hey, nicht wackeln. Endlich können wir mal alles mit einem Auto machen, was wir noch nie aufmachen können. Oh Gott, das ist gefährlich. Felix, sorry. Tut mir leid. Scheiße. Alles geregelt. Gar kein Problem. Neuer. Sorry. Oh, zum Glück. Alles geregelt. Alles gut, oder? Oh Mann. Das war wirklich ein ärmlicher Schlager. Mein Käpt'n, mein Käpt'. Das wäre eine Option, aber Was ist das denn für... So gehst du auf die Venus, Alter, mit der Scheiße. Das ist ja auch die Bourgeur-Kamera. Voyeur. Wo ich es dann so aus den Ecken filme. Making-of, making-of. Geil. Ich muss das Geile hier finden. Geil. Ja, der Magic Arm. Keine Reinschrauben. Geil. Hey du. Ja, genau du. Fühlst du dich auch gerade einfach nicht richtig hot? Dann bestell dir jetzt das exklusive Future Late-Night-Aha-Streichholz-T-Shirt Deluxe und bring dich zum Brennen. Gratis zu jeder Bestellung gibt es diese geilen Streichhölzer straight aus dem Future-Kult-Video. Nur für kurze Zeit. Also bestell jetzt. Achtung, dieses T-Shirt entzündet Sie nicht wirklich. Und überhaupt, bitte zünden Sie nur Dinge an, die dafür gesetzlich vorgesehen sind. Auf keinen Fall Personen. Ich glaube, ein Fleck, kannst du den für ein Fleck machen? Äh, André. Warte mal. Oh shit. Oh. Äh, André. Warte mal. Was machst du mit meinem Auto? Warte mal. Sag mal. Vielleicht kümmerst du wieder weg? Ey, Alter. Was soll das? Wie meintest du das? André. Sorry Felix, man. Jetzt hör doch mal auf. Ich versuch's da wieder wegzumachen. Ja, du machst's schlimmer. Kennst du? Hä, hier ist ja auch ein Kratzer. André? Nee, das war Lars. Als ich gefragt habe, ob wir mein Auto für den Dreh nehmen können, habe ich irgendwie was anderes erwartet. Also du kennst es ja in der Kunst, jeder muss sowas reingeben einfach. Verstehst du? Und wir geben die, weiß ich nicht, das Talent rein und du dein Auto halt. Guck mal, der Einzige, der hier konzentriert ist und nicht mich fertig macht, ist Lars. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Ich seh das genau. Sag mal. Ich seh dich, Felix. Verpissen Sie sich. So, das Problem wäre erledigt. Ich seh euch genau. Ihr Bate. Äh. Vielleicht über die Perspektiven sprechen. Also ich stelle mir eine Perspektive so ganz frontal vor halt. Direkt gerade, ja. Beziehungsweise halt frontal mittig aufs Auto wäre und ich sitze dann halt auf der linken Seite, auf der höchsten Zeit. Okay. Genauso, genauso habe ich mir vorgestellt, aber ich wusste nicht, uns so klappen. Kurz mal proben. Ich spinne. Ah. Ich bin ja bei dem. Hey, mein Auto. Oh, da kommen sie wieder. Sieht so funny aus mit diesem Ding. Hallo. 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 Ich bin richtig aufgeregt. Macht es Sinn, wenn wir kleine Kratzer an die Stellen machen, wo wir die Perspektiven haben wollen? Weil die... Äh, das ist für Felix nicht cool, glaube ich. Also, wird es kleine Kratzer in mein Auto machen? Kleine Kratzer... Guck mal, Felix. Das X markiert die Stelle. Welche Stelle? Finde ich da in der Versicherung? Eine Versicherung habe ich leider dort nicht gefunden. Egal, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst es uns gerne wissen. Und wenn ihr möchtet, supportet uns auf Get Next, damit wir weitere Musikvideos realisieren können. Danke an alle, die es schon machen. Danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht es damit weiter. Jakob, du weißt, davon hängt jetzt alles ab, ne? Bitte lass es funktionieren. Danke. 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 Danke.